Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler. Stimmt genau, Nele, wir müssen reden. Eine Überraschung, unvorbereitete Frage? Nein, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Stell dir vor, oder anders, was glaubst du, wie eine Kita-Aufsichtsbehörde reagieren würde, wenn in den letzten zwölf Monaten ein immens großer Anteil der Fachkräfte selber gekündigt hätten und ein noch größerer Anteil sich in die Berufsunfähigkeit verabschiedet hätte? Was glaubst du? Bei einem konkreten Träger. Bei einem Träger, bei einem Träger, bei einem einzigen Träger sind die Leute entweder durch Eigenkündigung weggegangen oder, also obendrauf, oder haben sich in einer sehr hohen Zahl in die Berufsunfähigkeit leider verabschieden müssen. Ich würde wahrscheinlich mal sehr genau hingucken, was bei diesem Träger gerade los ist, weil natürlich haben wir sowieso ja schon den höheren Krankenstand bei den pädagogischen Fachkräften, haben wir ja deutlich gerade darüber geredet. Aber wenn das sozusagen noch darüber hinausgeht und dann eben noch in Kündigungen mündet, heißt das offensichtlich, könnte irgendwas, irgendein Problem bei der Leitung vielleicht existieren, dass die das Team vielleicht nicht so richtig gut führen kann oder eben tatsächlich auf Trägerebene. Dass die Arbeitsbedingungen vielleicht ganz fürchterlich da sind. Genau, dass da richtig schlimme Arbeitsbedingungen sind, dass da einfach die Überlastung in Kauf genommen wird und so weiter und so fort. Also du würdest mir zustimmen, da gäbe es ein sehr strenges Anschreiben mit… Dass man sich mal bitte erklären möge. Ja, man möge sich erklären, man möge mal darlegen, wie das mit der Personalkontinuität hier ist, woher die hohe Fluktuation kommt, ob der Träger auch genug macht, um die Arbeitsbedingungen erträglich zu halten. Also wir gehen davon aus, es kommt eine Litanei an Fragen, die immer so ein bisschen subtil, unterschwellig schon ein Fehlverhalten suggerieren. Aber es kommt ganz viel und der Träger ist dann in einem ganz heftigen Rechtfertigungsdruck. So, und was sagst du jetzt dazu, weil es ja so schön unvorbereitet ist? Wenn der Träger, von dem ich rede, vorliegend das Land Berlin ist und zwar bezogen auf seine Schulträgerschaft. Denn der Tagesspiegel hat heute gemeldet, er hat heute gemeldet, dass in den letzten zwölf Monaten über 1000 Lehrkräfte selber gekündigt haben und ca. 1400 bis 1500 Lehrkräfte berufsunfähig geworden sind. Über 2500 Lehrkräfte im Land Berlin sind wegen Eigenkündigung und Berufsunfähigkeit nicht mehr in der Schule einsetzbar. Ja, ich würde sagen, Berlin hat es mal wieder gepackt. Nein, 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 Moment, 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 ist das gleiche Haus. Die Aufsichtsbehörde für Krippe, Kita und Schule sitzt im gleichen Haus, nur auf unterschiedlichen Etagen. Und wird die Schulaufsicht... Die Schulaufsicht hat wahrscheinlich nichts gemacht. Wird die Schulaufsicht entsprechende Fragen stellen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wird man die Trägerebene, die Schulsenatoren diesbezüglich in Frage stellen? Nein, die hat natürlich alles gemacht, da gehen wir da ganz stark von aus. Und ich meine, im Kita-Bereich, wir wissen genau, dass in einem Trägergespräch, zu dem man vielleicht dann zitiert wird, werden ja auch noch dann verbal, wird dann geäußert, sie verheizen die Fachkräfte. Das sieht man wohl, wir machen uns Sorgen um die Fachkräfte. Es geht hier um das Kindeswohl. Und hier muss man jetzt aber auch mal, also wir fühlen uns auch verpflichtet, hier die einzelnen Personen vor Ort zu schützen. Das sind alles Sätze, die ziemlich sicher, egal in welchem Bundesland, dann auch zumindest verbal in solchen Gesprächen anklingen. Gegenüber Kita-Trägern anklingen. Gegenüber Kita-Trägern, freien Trägern der Jugendhilfe. Und wenn es aber auf der Landesebene im Schulbereich passiert, schweigen, unterstellen wir mal. Und das ist doch genau, seien wir ehrlich, wir sind Anwälte geworden, auch weil wir ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden haben. Aber wir hatten das, ich kann mich erinnern, wir hatten irgendwann vor ein paar Folgen, also schon eine ganze Weile her, hatten wir so ein Thema. Und da habe ich auch gesagt, naja, in der Schule läuft das System anders. In der Schule guckst du weder dahin noch dahin. Da geht es auch nicht darum, dass irgendwie man ja natürlich das Kindeswohl beeinträchtigt, wenn ständig Unterricht ausfällt. Weil irgendwie, sondern das ist halt einfach so, das haben wir ja schon immer, das ist halt schon immer so. Ja, aber ist ja egal. Also wir haben den Job auch uns irgendwann mal ausgesucht, weil wir nicht nur zynisch werden wollten, sondern weil wir ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden pflegen. Und es ist aus meiner Sicht zutiefst ungerecht, diesen Doppelstandard zu pflegen. Wir haben auf der Schulebene, und ich erlaube mir jetzt mal vom Land Berlin zu reden, kann mir aber vorstellen, dass es in anderen Regionen ebenso ist. Unzufriedene Eltern, unzufriedene Elternvertretungen. Wir haben Ausfall von Unterricht. Wir haben auch durchaus unzufriedene Schüler und Schülerinnen. Die kommen oben drauf und wir haben eine große Unzufriedenheit in der Lehrerschaft. Wir haben sehr marode Gebäude. Wenn das ein freier Träger sich irgendwo in Deutschland leisten würde, würde Entzug der Betriebserlaubnis, es würde damit gewedelt werden, damit gedroht werden. Es wäre jemand, würde wirklich also eine sehr, sehr harte Zeit haben. Und dass wir uns als Gesellschaft uns erdreisten, bei anderen mit dem Finger ganz groß zu zeigen, aber bei dem Schulbereich uns vornehm zurückzuhalten oder gar noch mit einem, also die Kollegen vor Ort, denen kann man da gar keinen Vorwurf machen. Die strengen sich aber sicherlich sehr an. Also dieses Bemuttern und Bevormunden an dieser Stelle und das Problem dann irgendwie kleinreden, sorry, da geht das sehr stark gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Absolut, absolut. Übrigens, da muss ich jetzt direkt nochmal, weil du ja neulich auch von der App geredet hast. Mir ist neulich eine App über den Weg gelaufen, die genau diesen Schulstundenausfall sozusagen auffängt und feststellt, Leute, wir alle denken uns doch in unserem Erwachsenenleben, man, hätte man uns das nicht schon in der Schule beibringen können, sei es irgendwie, wie schließt man eigentlich einen Vertrag oder wie eröffnet man ein Bankkonto oder was passiert eigentlich hier oder ist eine Ausbildung besser als ein Studium oder, oder, oder. Also so die ganzen Fragen, in die man dann reingeworfen wird, wenn man aus der Schule rauskommt und irgendwie auf eigenen Füßen stehen muss. Und es gibt jetzt eine App, einen Anbieter und die haben sich gedacht, okay, wir wollen diesen ganzen massiven Schulstundenausfall natürlich nutzen mit entsprechenden Partnern. und sagen, Leute, ihr alle habt da draußen sicherlich was, oder viele haben was zu erzählen, was sinnhaft auch für Schüler und Schülerinnen sein kann. Registriert euch doch da und dann könnt ihr sozusagen mit einem entsprechenden Vorlauf von, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Tagen, könnt ihr Schülern, Schülerinnen was erzählen zu dem Thema, was ihr euch ausgesucht habt. Und könnt damit ein bisschen Schulausfall. Fand ich spannend. Okay, okay, okay. Kannst ja nachreichen, wenn du nochmal den Namen hast. Ja, ja, ja. Ich wollte nur, bevor wir wieder Kommentare bekommen, noch eine Zahl nachreichen, weil ich mich natürlich dann heute Morgen entsprechend vorbereitet habe. Dann könnte man sagen, naja, es sind aber auch ganz viele Lehrkräfte im Land Berlin an den Schulen angestellt und naja, man muss die Zahl auch in Relation setzen. Ich habe die Zahl in Relation gesetzt. Die Anzahl der Lehrkräfte in Bezug auf jetzt die über 2.500 Kündigungen, das sind 7,15 Prozent gerundet. Das heißt, das ist massiv, massiv viel. 7,15 Prozent. Das war jetzt nur letztes Jahr? Nur in den letzten zwölf Monaten. So habe ich zumindest hier den Tagesspiegel an dieser Stelle verstehen müssen. Ja, aber ich meine, das Land Berlin schafft es halt auch durchaus, seine Lehrkräfte zu vergraulen so ein bisschen, ne? Ich weiß es nicht. Also, ja, vielleicht. Also, ich habe ja da was, was in meinem Bekanntenkreis an Erzählungen da so hochkommt. Bei mir auch. Oh wei, oh wei. Gut, wir machen einen kleinen harten Übergang zu einem anderen Thema. Wir gehen zu einer Schlagzeile. Viel mehr als die Schlagzeile und den Subtext habe ich nicht, weil der Rest ist hinter der Paywall verschwunden und auch da hatte ich keine Lust gehabt, irgendwas zu bezahlen. Die Augsburger Allgemeine. Ja, dann das einfach für uns. Genau, das ist unsere Aufgabe, weil ich glaube auch nicht, dass dieser Artikel ist, weil der guckt in eine andere Richtung so ein bisschen. Die Augsburger Allgemeine hat Anfang der Woche wie folgt getitelt. Ich muss das ja richtig wiedergeben, nicht, dass es da irgendwie ein Mecker gibt. Vierjähriger stürzt aus Kita-Fenster, Doppelpunkt, deshalb bestraft der Richter den Pädagoge nicht. Also, Vierjähriger stürzt aus Kita-Fenster, jetzt gab es den Strafprozess. Gegen den Pädagogen, gegen den Sozialpädagogen. Und der Junge hat immer noch Schmerzen. Also ein Jahr später ist das alles noch nicht so ganz verheilt. Und der Richter bestraft den Pädagogen nicht. Das ist die Überschrift, wo man so gerne mal raufdrückt, weil das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso wird man ja nicht bestraft? Da muss ich aber gleich mal lesen und dann muss ich mich beschweren und am besten darunter kommentieren. Also, dann liest man so den Subtext vor der Paywall. Vor Gericht stellt sich heraus, dass der Angeklagte allein für elf Kinder verantwortlich war. Der Richter spricht von, Zitat jetzt von mir und auch Zitat in dem Artikel, Organisationsverschulden. Und uns oder unsere Aufgabe ist es jetzt, das herzuleiten, warum das sehr richtig sein kann. Auch wenn es sich vielleicht mit dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden an der ersten Stelle nicht so ganz vertragen mag. Wir haben also ein vierjähriges Kind, was an einem Fenster rumgebastelt hat, anscheinend mutmaßlich, weil wir die ganzen Einzelheiten hier nicht kennen, dann aus dem Fenster rausgeplumpst ist. Und unser Sozialpädagoge... Das ist, glaube ich, der einzige Punkt, der sicher ist, dass es aus dem Fenster gepurzelt ist. Ja, sonst, glaube ich, hätte es dieses Verfahren nicht gegeben. Richtig. Da bin ich voll bei dir. Und jetzt ist der Erzieher, der dort tätig war, schwuppdiwupps nach einer Anzeige von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden und hatte sich nun vor einem Strafgericht zu verantworten. Und dort ist er frei herausgegangen. Wie kann das sein? Ich meine, ich weiß das auch. Und nun arbeite mal ein bisschen mit mir hier an der Stelle. Hallo? Also, natürlich gibt es bei solchen schwerwiegenden Sachen immer ein Ermittlungsverfahren. Da kann auch kein Anwalt irgendwas gegen tun. Da wird es immer ein Ermittlungsverfahren geben. Das ist soweit erstmal völlig richtig. Erst recht, wenn die Verletzungen schwerer sind, dann muss ermittelt werden, wer hat gegebenenfalls was falsch gemacht. Dass sich dann der erste Blick auf diesen entsprechenden Pädagogen, der gerade konkret vor Ort war, richtet. Auch völlig normal, weil wir müssen ja erstmal gucken, wer kommt dann überhaupt in Betracht. Man hätte natürlich gleichzeitig auch gucken können, okay, es gibt ja doch darüber in den Ebenen jeweils auch noch Leute, nämlich die Leitung, die den Dienstplan gemacht hat gegebenenfalls und den Träger, der dafür gesorgt hat, dass eine Leitung da ist und so weiter und so fort. Heißt also, man hätte eigentlich in jeder Ebene gucken können, aber dass die jetzt vielleicht mutmaßlich erstmal sich nur die entsprechende Fachkraft vor Ort angeguckt haben, okay, so far so good. Und dann guckt man, ist dieser Person einen Vorwurf zu machen oder nicht. Und dann wird man natürlich quasi in den Topf reinwerfen, diese Person hat die Aufsichtspflicht und hat so und so viele Kinder, über die sie die Aufsicht hat oder auszuüben hat. Und hat sie entsprechende Maßnahmen ergriffen, damit die Situation an sich möglichst sicher ist. Man kann ja keine 100% Sicherheit erreichen. Es wird immer irgendwelche eingeklemmten Fingerchen geben, es wird immer irgendwie, keine Ahnung, ein Kind verschoben. Da wären es ja gehabt bei der Sache mit den Topfstelzen. Man würde schauen, okay, gibt es ein denkbares Alternativverhalten, was diesen Unfall mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert hätte. Genau. So, da kommen wir erstmal dahin. Hätte man sich anders verhalten können und wäre es dann nicht passiert, um es mal direkt ins Deutsche zu übersetzen? Man hätte natürlich irgendwie vielleicht dafür sorgen können, dass die Kinder nicht in Fensternähe gelangen. Es kann also sein, dass an dieser Stelle das Gericht zu dem Ergebnis gekommen ist, selbst ein Alternativverhalten hätte nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen können, dass man in einem Moment es nicht sieht, dass ein Kind zum Fenster marschiert und es irgendwie aufbekommt und rausplumpst. Vielleicht war es ja sogar offen. Na dann tue ich mich ein bisschen schwer, ein offenes Fenster, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich tue mich an der Stelle ein bisschen schwer, dass das offene Fenster dann zu einem Freispruch führen würde. Aber auch selbst ein offenes Fenster wäre hier denkbar, wenn es mitten im Sommer war, draußen waren 36 Grad, der Raum war vollkommen überhitzt und es wurde das Angebot irgendwo in einer anderen Ecke des Raumes gemacht und eigentlich war klar, das Kind hätte da irgendwie nicht raufkommen können und hier ist eine ganz seltsame Konstellation gewesen. Okay, also wir halten fest, der Richter kann zu diesem Ergebnis gekommen sein, weil selbst ein Alternativverhalten nicht den Unfall unbedingt verhindert hätte. Richtig. Zweite Alternative wäre eine Form von entschuldigender Notstand, nämlich wenn wir, jetzt wird es ein bisschen juristisch, die klassische Pflichtenkollision gehabt haben. Dass wir also in dem Augenblick uns um ein anderes Kind kümmern mussten und da reicht schon, dass die Box voll ist und irgendwie mit der Windel und da muss jetzt was passieren, weil so geht es hier nicht weiter. Also eine andere Pflicht uns sozusagen gerufen hat, wir sind dieser Pflicht nachgekommen und dann ist etwas Schlimmes passiert. Das wäre auch denkbar. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber uns fallen viele Konstellationen ein, warum Leute, auch wenn was Schlimmes passiert, nicht dann beim Strafgericht mit einer entsprechenden Strafe zu haften haben, weil eben seitens der Gerichte auch gesehen wird, das ist ein gefahrenträchtiger Job. Man erwartet, dass man den Kopf einschaltet, man erwartet, dass man auch sein Bauchgefühl hört an dieser Stelle und dass man bestmöglich arbeitet, um Gefahren zu verhindern. Dann läuft das alles relativ safe, selbst wenn mal was Schlimmes passiert und wenn da nicht ein Alternativverhalten denkbar ist, ist zwar die Aufregung groß und der 33-jährige Sozialpädagoge wird ein unfassbar hartes Jahr jetzt gerade hinter sich gehabt haben und er wird sich wahrscheinlich auch über den Freispruch nicht gerade freuen können im klassischen Sinne, weil bis der Weg dahin und bis zum Freispruch, bloß man macht sich ja weiter Gedanken wegen des Kindes. Das ist jetzt halt strafrechtlich freigesprochen, aber trotzdem werden diese Eltern und alle anderen, also das bleibt ja noch eine Weile da. Der Vorwurf ist da, er ist nur nicht strafrechtlich mehr begründbar. Das hätte man doch ganz anders lösen müssen, hätte, hätte Fahrradkette. Aber, und jetzt habe ich deshalb ja diesen Fall auch ausgesucht, hat der Richter mehr oder weniger allen anderen kräftig was mitgegeben. Und zwar durch das Wort Organisationsverschulden. Ach so, okay, sorry. Frau Trenner, das war gerade überschaubar, was ich vorgelesen habe. Ja, 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 ich weiß. Und das Wort vierjährig Fenster, Kita. Ja, 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 Organisationsverschulden. Wir spielen nochmal kurz so. Er hat natürlich Organisationsverschulden in den Raum geworfen. Genau, das heißt, er hat darüber zwar nicht zu urteilen gehabt, hat aber mehr oder weniger gesagt. Guckt mal in die andere Richtung. Er hat also gesagt, die Organisation dieses Kita-Tages oder dieser Gruppensituation, die ist ursächlich dafür gewesen, dass jemand sich in einer Situation befunden hat, wo er entweder, wenn er zwei Jobs zu erledigen hat, zwei Pflichten zu erledigen hatte, wo er nur verlieren konnte, weil eins von beiden geht schief. Oder wo er in einer Überforderungssituation Gefahr läuft, dass er tatsächlich etwas bei elf Kindern, die sich bewegen und Action machen, kurzfristig nicht richtig sehen kann oder übersieht. Möglicherweise hat der Angeklagte ja sogar sozusagen zu seiner Verteidigung vorgebracht, dass er ja schon da eine Überlastungsanzeige oder da eine Gefahrenanzeige gemacht hat und damit den Träger oder die Leitung ja auch darauf hingewiesen hat. Leute, das ist hier too much, das funktioniert so nicht. Aber das ist eine Spekulation. Das ist eine Definitiv Spekulation. Aber was bedeutet das denn, dass der Richter hier in seiner Urteilsbegründung anscheinend Organisationsverschulden glaubt gesehen zu haben? Was bedeutet das für die Leitung und was bedeutet das für den Träger? Dass sie jetzt gerade… Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, richtig. Massive Kopfschmerzen. Und eigentlich sollte jetzt auch wieder die Aufsichtsbehörde hingehen und sagen, was ist denn da los? Und im Übrigen wird es wahrscheinlich auch in Ermittlungsverfahren dann eben entsprechend gegen die nächsten Stufen möglicherweise gehen. Ja, wobei Ermittlungsverfahren ist ja so ein bisschen strafrechtlich in dem Bereich Dienstplangestaltung. Da kommt man so mit dem Strafrecht nicht so richtig ran, weil es ist… Man könnte auch über zivilrechtliche Ansprüche nachdenken. Das ist es ja eigentlich eher. Das ist es ja. Es ist also hässlicherweise denkbar, dass sich eine Unfallkasse überlegt, okay, jetzt haben wir ein paar tausend Euro an Heilbehandlungskosten vielleicht zu zahlen gehabt. Und wenn das Kind ein Jahr später immer noch Schmerzen hat, dann wird sich das auch noch eine Weile hinziehen. Beziehungsweise wer weiß, was sich in 20, 30 Jahren daraus noch ergeben könnte. Das heißt, wir könnten mal überlegen, ob wir einen Regress nehmen, ob wir uns umdrehen und sagen, Moment, jetzt haben wir zwar bezahlt, aber habt ihr vielleicht mit eurem Verhalten, mit eurer aufgestellten Organisation und der Dienstplan ist der Urbegriff von Organisieren, vom Organisieren des Kita-Alltages, warum habt ihr da womöglich schuldhaft, jetzt kommt es, fahrlässig oder, das sehen wir jetzt nicht, vorsätzlich gehandelt. Jetzt könnte obendrauf natürlich auch noch, vielleicht aus der Elternschaft, die Eltern des Kindes könnten für ihr Kind auch noch was vielleicht geltend machen? Heilbehandlungskosten oder die Unfallkasse bezahlt? Schmerzensgeld. Ist ja so ein bisschen geblockt, wenn die Unfallkasse bezahlt hat. Genau, wenn die Unfallkasse bezahlt hat, ist es geblockt, aber wenn die Unfallkasse Regress nehmen kann und damit sagt, eigentlich wären wir gar nicht dran gewesen, weil eigentlich ist es eure Schuld, dann könnte man über das Schmerzensgeld schon wieder nachdenken. Also, wir wollen nicht sagen, dass die Organisation an dem Tag falsch war, das wollen wir nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Hier hat auch ein Richter nicht ein Urteil gesprochen in Bezug auf Leitung und auf Träger, ausdrücklich nicht, er hat nur erst zur Begründung herangezogen, warum er glaubt, dass der Angeklagte nicht strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen ist. Damit ist nicht automatisch gesagt, dass ein anderer Richter sich diese Einschätzung oder Richterin diese Einschätzung anzuschließen hat. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Und selbst wenn, nicht selbst wenn, selbst oder anders, es kann auch Situationen geben, da ist es hinzunehmen, dass er alleine mit den elf Kindern unterwegs war in dieser Einrichtung. Wenn nämlich, wissen wir alles nicht. Eine Stunde zuvor überraschend Kollege oder Kollegin ausgefallen ist. Ja, absolut. Aber da muss man halt gucken, wie man den Tag plötzlich anders gestalten kann, gegebenenfalls im Alltag. Ist ja vielleicht gemacht worden. Ist vielleicht gemacht worden. Oder jemand anders musste jetzt wegen eines Notfalls irgendwo ein anderes Kind zum Durchgangsarzt begleiten. Also da kann viel für den Tag auch an Entlastung für Leitung und Träger dabei gewesen sein, was wir jetzt gar nicht sehen. Aber wichtig ist, liebe Leitungen, liebe Träger, wenn was Schlimmes passiert, werden sich alle, das machen wir in unseren Fortbildungen, immer wieder ganz deutlich und versuchen auch diese Kette aufzudröseln und darzulegen, was eine Leitung zu machen hat, damit man eben gerade selber nicht in der Haftung drin steht. Aber wenn was passiert, schaut man sich die konkrete Situation am Unfallort an. Man schaut sich die Dienstpläne an. Man schaut sich die Teamzusammensetzung an. Und man schaut sich an, wann eine Leitung wie was gemacht hat im Sinne von Arbeitseinteilung, Dienstanweisung, wer was wie am Kind oder welches Angebot, welche Vorbereitung. Und man schaut weiter, eine Ebene höher hat der Träger in seiner Verpflichtung, alles zu organisieren, gegebenenfalls etwas falsch gemacht. Ganz wichtig und genau hier an diesem Urteil kann man es wunderbar sehen, dass es eben nicht dazu führen muss, dass die Leute vor Ort immer die dumm sind, immer dann die sind, die mit einem Bein angeblich im Gefängnis stehen würden, sondern, dass die auch ganz geschmeidig mal ihr Bein wieder aus dem Gefängnis herausziehen und ein Gericht sagt, na Moment, vor Ort, da war das Disaster doch vorprogrammiert. Schuld hat jemand anders. Wohlmöglich. 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 Wir springen weiter. Ich muss mal hier in meine schöne Vorlage hineinschmulen. Früher hatte ich ja auch eine Tischvorlage. Jetzt kriegst du keine mehr. Jetzt kriege ich keine mehr. Jetzt ist alles überraschend. Jetzt ist alles überraschend. Ich habe mal durchgeschaut, was uns mal erreicht hat. Und zwar eine Anfrage. Da hatte jemand bei uns, ich mache das auch ein bisschen sehr abstrahiert, das Ganze, weil wir niemals direkte Anfragen bei uns in irgendeiner Form hier verarbeiten würden. Jedenfalls nicht in der Direktform, sondern ein bisschen losgelöst davon. Also hier hat auch jemand, deshalb habe ich es mir auch extra rausgesucht, überraschend für die Kollegin angefragt. Jaja, meiner Kollegin ist da mal was passiert. Also, für die Kollegin wird gefragt, denn die hatte sich den Fotoapparat der Kita über das Wochenende mit nach Hause genommen, um irgendwo in der Drogerie dann entsprechend die Fotos am Samstag auszudrucken. Und die Kollegin, nicht die Fragestellende, ja, die Kollegin hat auch dann den Fotoapparat irgendwie brav in ihrer Tasche oder im Rucksack oder was weiß ich, immer am Start gehabt, aber dann war bei der Kollegin die Tasche im Auto und in das Auto ist dann eingebrochen worden und dann ist auch die Tasche weg mit dem Fotoapparat. Und was ihr dann jetzt alles drohen könnte, die Kollegin macht sich doch ganz arge Sorgen und ob wir da nicht irgendwie was wüssten. Frau Kollegin, wollen wir der Kollegin helfen? Also, was heißt helfen? Wir können sie aufklären. Helfen? Ja, schauen wir mal. Also, wir haben hier das, was man gemeinhin so im allgemeinen Sprachgebrauch als Datenschutzpanne oder Datenpanne bezeichnet. Ich muss kurz einhacken, die Kollegin hebt gerade die Arme zum Flügelschlag und macht ganz groß die Anführungszeichen hier im Tonstudio. Ich finde diesen Begriff echt so dermaßen unpassend, weil wenn wir uns vergegenwärtigen, was an sensiblen Daten in einer Kita alles aufläuft und was auch an sensiblen Daten an Fotos sozusagen auf so einer Kamera drauf sein kann oder auf dem Speichermedium drauf sein kann. Kinder sind im Schlüppi beim Zähneputzen, der Klassiker. Richtig, richtig. Also, es wird durchaus sensibel, durchaus gefährlich. Und dann von einer Panne zu reden, hach, huch, na, da ist uns was passiert, na, das ist ja, müssen wir mal ein bisschen mehr aufpassen, finde ich ziemlich... Eine unzulässige Verniedlichung. Ja, das finde ich echt, das macht, das, nee. Also, es ist ein Datenschutzvorfall und der ist sowieso erstmal meldepflichtig. Also, diese Kollegin von der fragestellenden Person, die sollte bitte schnellstmöglich genau diesen Vorfall auch an Vorgesetzte bzw. den Träger weitergeben, weil der Träger ist verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes beim Träger. Das heißt, der Träger muss seinen Kopf dafür hinhalten, dass alles ordentlich passiert und dann muss der Träger auch gegebenenfalls gucken, okay, hat diese Kollegin vielleicht gegen arbeitsrechtliche Weisungen verstoßen? Zum Beispiel sowas wie, ihr nehmt keine Fotoapparate mit nach Hause. Könnte ja sein. Dann hat sie... Moment, dann bin ich mal wieder ganz ketzerisch dabei und stelle hier so für alle Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage, ja, muss ich das denn ausdrücklich verbieten? Arbeitsanweisungen, immer alles, das was mir... Nein, bleib mal beim Thema. Muss ich als Leitung oder als Träger etwa ausdrücklich verbieten, dass keine trägereigenen, kitaeigenen Handys und Fotoapparate, die sonst in der Einrichtung alleine sind, dass die nicht übers Wochenende mit nach Hause genommen werden? Ich kann natürlich erstmal davon ausgehen, dass das nicht passiert. Okay, wir halten fest, nein, ich muss es nicht extra verbieten. Nicht anweisen, aber wieder, wenn wir an unsere Seminare zum Weisungsrecht denken, all das, was mir wichtig ist, und mir ist wichtig, dass ich kein Bußgeld bezahlen muss, weil ich gegen die DSGVO verstoßen habe, alles, was mir wichtig ist, sollte ich anweisen. Weil anderen ist es vielleicht nicht wichtig oder einfach nicht bekannt. Also insofern, solche Sachen sollte ich vielleicht anweisen. Sollte, nice to have. Aber jetzt eine Leitung, ein Träger hat jetzt nicht Kopfschmerzen, weil er es nicht explizit gesagt hat, sondern er darf davon ausgehen, dass die Arbeitsmaterialien, die für die Kita gedacht sind... In der Kita sind. Genau, es sei denn, es gibt andere Erlaubnisse. Richtig. Oder es ist anders, stillschweigend, im Wissen von allen Beteiligten in der Vergangenheit so gehandhabt worden, ja, dann ist es halt erlaubt gewesen und dann hat er entsprechend jetzt... Dann hat er jetzt Kopfschmerzen. Hat er jetzt Kopfschmerzen. Ich glaube, wir könnten den Podcast umnennen in Trägerkopfschmerzen oder Leitungskopfschmerzen. Das wollen wir ja nicht. Also für alle Beteiligten, wir wollen ja genau, dass so eine Sache... Die Kopfschmerztablette für Träger. Wir wollen ja genau, dass das alles nicht passiert, beziehungsweise dass eben solche Sachen gerade nicht eintreten. Deshalb reden wir drüber und auch immer mit dem Augenzwinkern. Ich hoffe, dass es kommt... Naja, ihr kennt uns, das kommt schon richtig rüber, denke ich. Okay. So, also wir waren dabei, ich habe jetzt ein bisschen meinen Faden verloren. Du hast gesagt, das ist ja meldepflichtig, das Ganze, weil sonst Bußgeld und... Genau, es ist sowieso meldepflichtig, genau. Heißt also, man muss es sowieso dem jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten oder der Landesdatenschutzbeauftragten melden. Und zwar mit diversen Angaben. Erstens, wer bin ich eigentlich? Ich Träger, ich Verantwortlicher. Zweitens, gibt es hoffentlich einen Datenschutzbeauftragten. Drittens, was ist denn passiert? Viertens, welche Daten sind betroffen? Das heißt, die vor Ort müssen sich jetzt überlegen, okay, was ist denn da eigentlich alles an Fotos drauf? Und wie weit gehen die zurück? Ist es da irgendwie, weil das so eine riesengroße Speicherkarte ist, sind das Fotos der letzten drei Jahre mit allen Wasserspielaktivitäten und noch diversen Dokumentationen von 8a-Vorfällen oder Ähnlichem? Dann habe ich richtig Kopfschmerzen. So, jetzt kann ich, stopp, ich hacke mal kurz ein, weil das ist gerade der Gedanke, der drängt sich so richtig in mein jetzt gerade schmunzelndes Gesicht hinein. Sag mal, also wenn da alles so ein Rattenschwanz an Problemen auslösen würde, dann könnte doch die Kollegin eigentlich auf die Idee kommen zu sagen, wie, die Kamera ist weg, also was? Davon weiß ich ja gar nichts. Die Kamera ist weg. Und jetzt stellt sich die Frage, muss ich die Kollegin eigentlich hier an der Stelle selber belasten? Wir sind ja nicht im Strafrecht. Im Strafrecht muss man sich natürlich nicht selber belasten. Müssen wir uns im Arbeitsrecht selber belasten? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Menschlich, moralisch, ja. Bitte, steht zu euren Fehlern. Ich denke, also um das aufzulösen, natürlich müssen sich Arbeitnehmende über den Verbleib von Arbeitsmaterialien erklären. Und insbesondere, wenn jetzt hier eine so wichtige Information auch noch eine Zusatzrolle spielt, weil dieses Arbeitsmaterial, Fotoapparat weg ist, kommen wir in ganz gruselige datenschutzrechtliche Probleme rein. Und der Träger seinerseits muss wissen, wie unter welchen Umständen hier etwas abhandengekommen ist, um sich wahrheitsgemäß gegenüber einer Behörde erklären zu können. Und dazu kommen wir ja gleich noch. Wahrheitsgemäß gegenüber Eltern. Dann denke ich, kann man sich nicht mit einem, oh, ich werde mich mal nicht selbst belasten, das werde ich jetzt mal alles ganz schnell vergessen, nicht behelfen können. So. Aber was kann der Kollegin denn jetzt passieren? Im Moment haben wir nur darüber gesprochen, der Träger muss machen, der Träger muss machen. Der Träger kennt den Satz, er muss machen. Und er hängt ihn zu den Ohren raus. Jetzt aber, die Kollegin ist ja in Sorge. Muss die Kollegin ins Gefängnis gehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Muss die Kollegin den Fotoapparat ersetzen? Pff, möglicherweise. Je nachdem, was ihr für ein Vorwurf zu machen ist. Sie hat ihn aber, so sagt sie ja, in ihrer Tasche, nicht sichtbar anscheinend, in einem verschlossenen Auto. Also wahrscheinlich nein. Muss man nicht rechnen, dass das Auto... Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich nein, ne? Obwohl sie hat vielleicht ausdrücklich oder gegen... Wenn sie ausdrücklich ging, aber trotzdem... Dann hat sie gegen die Weisung verstoßen, den Fotoapparat mitzunehmen oder nicht mitzunehmen. Und dann könnte man sozusagen gucken, ob ein Schaden entstanden ist, weil der Fotoapparat jetzt gerade nicht in der Kita war und da nicht genutzt werden konnte. Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht an der Stelle kommt so ein bisschen meine arbeitsrechtliche Komponente mehr rein. Selbst wenn es der teuerste Fotoapparat aller Zeiten ist, sagen wir mal, der kostet 10.000 Euro, um es mal so richtig dramatisch zu machen, kostet so ein Ding nicht mehr, aber ist ja egal, angenommen, er würde 10.000 Euro kosten, dann würde an dieser Stelle ein Rechtskonstrukt greifen, dass Arbeitnehmer sowieso nur gegebenenfalls anteilig für einen entstandenen Schaden haften. Und zwar sehr, sehr anteilig, auch in Relation zu dem, was sie verdienen, bei einer leichtesten Fahrlässigkeit. Oder leichteste kann sogar sein, dass sie überhaupt nicht zahlen. Dann so eine leichte bis so eine mittlere Fahrlässigkeit, wenn sie mit einem Anteil an dem entstandenen Schaden in Relation zu dem, was sie verdienen, herangezogen. Dann würde man hier wahrscheinlich bei 10.000 Euro sagen, na, mit 300 Euro bist du dabei. Und je größer der Vorwurf dieser Person zu machen ist, desto höher wird auch ihre Schadensposition sein, die sie zu tragen hat. Also wer tatsächlich dann diese Kamera mitgenommen hätte und sie sichtbar auf einem vollen U-Bahnhof in Berlin auf der Bank neben sich hat liegen lassen, während man da selber sitzt. Und dann wird einem das Ding praktisch unter demselbigen weggeklaut. Da wären wir in der allergröbsten Fahrlässigkeit drin. Und dann wären wir wahrscheinlich mit den 10.000 Euro auch dabei. Ja. Könnte man, könnte man, also ich sehe jetzt wirklich so eine ganz große Eselei. Insofern wäre das jetzt auch nicht allzu dramatisch für die angebliche Kollegin. Diesbezüglich. Diesbezüglich. So, aber was haben wir dann noch? Warum muss sie rechnen wahrscheinlich? Ja, wir haben natürlich für den Träger die Gefahr des Bußgeldes, je nachdem, was ihm für einen Vorwurf zu machen ist. Und er kann natürlich über genau die gleichen Maßstäbe gegebenenfalls auch sagen, okay, dieses Bußgeld, dafür halte ich mich schadlos am Arbeitnehmer. Wieder mit der Abstufung. Genau. Und dann werden wir aber wieder in einer sehr leichten Fahrlässigkeit. und ich sehe... Es sei denn, es gibt hier die Weisung. Es sei denn, es gibt hier die Weisung. Hat der Träger also entsprechend angewiesen? Nein, alle Fotos bleiben in der Einrichtung. Oder, naja, das macht man ja nicht. Man sagt ja, es ist okay, wenn ihr es mitnehmt zu irgendeiner Drogerie, um es da am Computer auszudrucken. Also die... Möglicherweise. Aber vielleicht gab es da die Anweisung, wir haben hier einen Fotodrucker, der ist super duper. Ja, ist aber eher untypisch, oder? Nö, erstaunlicherweise nicht. So viele Fotodrucker da draußen? Nö, erstaunlicherweise nicht. Also, ich glaube, wir können unserer Fragestellenden und ihrer Kollegin sagen, dass das, wenn es nicht jetzt gerade sehr eigenmächtiges, ein sehr eigenmächtiges Handeln war, dass da wenig an Dramatik am Ende für die Person bei rumkommt. Man kann sicherlich über eine Abmahnung nachdenken. Allerdings auch nur, wenn es tatsächlich nicht zulässig gewesen ist beziehungsweise nicht erlaubt war, das ist das Wichtigere an dieser Stelle, dass man über Nacht irgendwie oder übers Wochenende die Kamera mitnimmt, um dann angeblich Gutes zu tun. Richtig. Wenn das alles total normal und Standard war in der Einrichtung, dann gibt es da auch keine Abmahnung für. Richtig. Aber dann hat der Träger das Bußgeld wahrscheinlich an der Backe, weil er hier leichtfertig mit den Daten der Kinder jongliert hat. Und wir kommen zu den Eltern. Es ist meldepflichtig gegenüber der Kita-Aufsicht, selbstredend. Natürlich. Und gegenüber den Eltern wird man sich auch etwas peinlich berührt dann erklären müssen, wie dann das Ganze zustande gekommen ist. Und dann kann man ja auch nicht sagen, das war die Susi, nee, die Kollegin der Susi, die das Ganze gemacht hat, weil dieses Anprangern entsprechend auch wiederum arbeitsrechtlich nicht zulässig wäre. Und auch nicht entsprechend mitzuteilen, dass man ja aber mit einer Abmahnung dafür gesorgt hätte, dass das nie wieder passiert, wäre auch nicht möglich. Also eine dumme, dumme Situation und die führt wozu? Nehmt das Ding nicht mit über Nacht, nehmt es nicht mit oder die Handys nicht übers Wochenende. Es sei denn, es gibt dazu eine glasklare Regelung, dass ihr es entweder dürft und dass ihr auch belehrt worden seid, was ihr damit machen dürft, damit es nicht später so eine hässliche Situation geben kann. Wir wechseln. Bleiben aber im Arbeitsrecht und müssen über etwas reden, was jetzt gerade zum 1. September sehr relevant wird. Und in der Kita-Welt, obwohl wir, ich glaube, wir haben schon zwei, drei Videos dazu gemacht, aber wir kriegen ja immer wieder Verträge zur Prüfung, Arbeitsverträge zur Prüfung vorgelegt. Achtung mit der Probezeit und insbesondere mit der Länge der Probezeit. Ich will kurz ausholen. Da draußen in der Kita-Welt werden die meisten Beschäftigten neu erst mal mit einem befristeten Arbeitsvertrag eingestellt. Klar, irgendwo kann die Not so groß sein. Apropos, sorry, ich muss kurz einhacken. Du musst dich nicht bei dir entschuldigen. Nee, 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 sorry, weil das eigentlich Berlin hat, ich komme gleich dazu zurück und jetzt machen wir kurz den harten Cut, auch heute hier im Tagesspiegel, Berlin hat 8.000 freie Kita-Plätze. What? 8.000, also das Thema, was wir in Thüringen, Sachsen-Anhalt, was wir in Sachsen haben, was wir in Hamburg haben, was wir jetzt eben, wir wussten, wir wissen ja, dass es in Berlin schon sehr viele Plätze regional gibt, in gewissen Bezirken, aber die Zahl von 8.000 ist Hammer. Ist eindeutig Hammer und könnte dazu führen, dass sich so manche vielleicht auch ein bisschen, vielleicht bei der Kalkulation ein bisschen. Ja, wir kommen ja auf das Hamburg-Thema von letzter Woche zurück. Ja, ja. Also es wird einige Träger zu grübe Leinen bringen. Preissteigerungen, man muss teilweise auch vor Ort auf Leiharbeitskräfte umschwenken, die kosten natürlich an Schweinegeld und gleichzeitig kommt die Nachfrage an Kita-Plätzen in Stocken und sofort ist man in so einer Abwärtsspirale drin. Also das hört sich erstmal toll an für Eltern. Ja, und ich freue mich für alle Eltern, dass sie jetzt wieder eine Auswahl haben, dass wirklich auch jetzt Topf und Deckel so ein bisschen Eltern tatsächlich die Chance haben. Wunsch und Wahlrecht, ne? Wunsch und Wahlrecht entsprechend, eine Einrichtung zu finden, die sie vom Programm, von der Lage, von der Tonalität, wie die Kinder adressiert würden, einfach für sich selber toll finden. Besser kann es gar nicht laufen. Auf der anderen Seite sind da draußen viele Einrichtungen über Kita-Förderungen, über das Kita-Platz-Ausbauprogramm ja verpflichtet, entsprechend ihre Einrichtungen voll zu bespielen. Dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Darlehen zu bedienen bei den Banken und wenn dann die Nachfrage hier und da ein bisschen haken sollte, kommt viel Arbeit auf uns zu. Zurück zu dem, was möglichst weniger Arbeit auslösen sollte. Arbeitsvertrag, Erzieherin, Erzieher, jetzt 1. September oder 1. Oktober meinetwegen und die meisten, 90 Prozent, es sei denn, die haben extrem gut verhandelt, werden zunächst mit einem befristeten Arbeitsvertrag eingestellt. Soweit, so bekannt. Und wie es so häufig ist, findet sich im befristeten Arbeitsvertrag in der Klausel Probearbeitszeit oder Probezeit entsprechend die Klausel, dass die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses... Weil es einfach Standard ist. Es ist weiter Standard in den Arbeitsverträgen drin, weil diese Klausel niemand anfasst. Und deshalb jetzt an dieser Stelle unser Hinweis, liebe Leitungen, liebe Träger, bitte Ohrenspitzen. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Service-Hinweis. Service-Tweet. Oben wird nur mit dem Befristungsende immer ein bisschen jongliert. So, und jetzt haben aber die Arbeitsgerichte erkannt und auch wiederum bestärkt durch die Landesarbeitsgerichte, dass man nicht in jedem befristeten Arbeitsverhältnis sich selber eine sechsmonatige Probezeit reinschreiben darf. Das darf man nicht mehr. Sondern man darf es nur noch in einem einzigen Fall. Bei einem unbefristeten? Da sowieso. Da sowieso. Und wenn man tatsächlich auf zwei Jahre befristet. Genau. Weil die Arbeitsgerichte sagen, eine Probezeit muss in einem angemessenen Verhältnis zur geplanten Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses stehen. Und wenn ich mich als Arbeitgeber halt darauf oder daran binde, dass es ein befristetes Verhältnis sein soll, auf meine Wege ein Jahr, dann muss die Probezeit in einem angemessenen Verhältnis dazu stehen. Und die Gerichte sagen, so über den Daumen gepeilt, ungefähr ein Viertel der Dauer. Nein, nicht nur, weil Sie sagen, das ist eine ziemlich harte, also kann sich jetzt wieder ändern, weil wir noch nicht eine höchstrichterliche Rechtsprechung haben, die da gefestigt ist. Aber wir haben tatsächlich die 25-Prozent-Grenze als eine ziemlich harte Kappungsgrenze. Und das bedeutet... Und das heißt also, bei zwölf Monaten haben wir drei Monate, bei 24 Monaten haben wir sechs Monate. Richtig. Und wenn jetzt viele sozusagen mit anderthalb Jahren oder mit dreiviertel Jahren arbeiten, weil dann das Kita-Jahr endet und man nicht weiß, ist die Finanzierung safe oder wird das Kind mit dem Förderbedarf weiter dann bei uns sein oder die Eltern haben schon gesagt, sie werden sich anderweitig orientieren. Also all die, die unterhalb von zwei oder 24 Monaten, sprich zwei Jahren bleiben, bei 23 Monaten, 22, 21 und weiter mit ihren sechs Monaten arbeiten, die laufen in welche Gefahr hinein? Dass die Klausel zur Probezeit unwirksam ist. Richtig. Dass man nicht, wenn man früh feststellt, das Ganze funktioniert nicht. Nach drei Monaten stellt man fest, dass die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht, wir sollten eher getrennter Wege gehen, dass man dann sich nicht auf diese Probezeitregelung berufen kann. Die ist unwirksam. Genau, die ja üblicherweise damit einhergeht, dass man eben diese zwei Wochen Kündigungsfrist hat für beide Seiten. Die erleichterte hat. Genau, die erleichterte. Was natürlich trotzdem greift, ist das Kündigungsschutzgesetz, man sieht ja auch noch so eine Wartezeit vor von sechs Monaten. Das heißt, erst nach einem Bestand von sechs Monaten kann ich mich ja regelmäßig oder grundsätzlich, Achtung, es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ans Arbeitsgericht wenden, wenn ich gekündigt werde. Aber wenn meine Probezeitklausel unwirksam ist, dann habe ich zwar immer noch diese sechs Monate nach dem Kündigungsschutzgesetz, aber ich habe meine normale, entweder vertragliche Kündigungsfrist, die wesentlich länger sein kann, an die ich mich dann halten muss, oder eben die gesetzliche Kündigungsfrist. Vier Wochen zum 15 oder zum Monatsende. Zum Beispiel, genau. Also das verlängert schon mal die Kündigungsfrist um 100 Prozent. Ja, aber es gibt auch viele, die sagen, in Zeiten von Arbeitskräftemangel, schreiben wir uns da mal gleich von Anfang an schön drei Monate zum Quartalsende rein. Und die sind dann wirklich auf diese Zeit dann beschränkt. Das heißt also, liebe Träger, liebe Leitungen, schaut bei euren befristeten Arbeitsverträgen mal genau rein, ob ihr da immer die sechs Monate Probezeit drin habt, oder ob ihr nicht dann auch mal, wenn ihr weniger als zwei Jahre Befristungen aussprecht oder vereinbart mit den Beschäftigten, dass ihr da nicht entsprechend ran müsst und auch die Probezeit reduzieren, um einfach da Rechtsnachteile zu vermeiden. Weil, und deshalb sind wir hier auch sehr einseitig an dieser Stelle, Ich glaube, niemandem ist geholfen, dass, wenn es nicht mehr so richtig vorangeht und das irgendwie alles oll ist, dass man dann auf Verdei und Verderben aneinander gekettet ist. Und insbesondere, wenn wir über Gemeinnützigkeit reden und dann die Finanzierung sowieso nicht auskömmlich ist, dass man dann auch noch diese Hängepartie irgendwie weiter zu finanzieren hat. Das kann nicht im Sinne aller Beteiligten sein. Natürlich aus Arbeitnehmersicht, freut euch, dass ihr weiter nicht gewollt seid. Diese schöne Zeit dann auch noch. Ihr seid nicht gewollt, aber auch ihr könnt ja nicht vorher raus. Es sei denn, beide einigen sich auf etwas. Dann findet das wiederum das Arbeitsamt nicht so witzig, wenn dann entsprechend verkürzt wird. Also es ist alles ein bisschen olle und deshalb sollte es von Anfang an richtig gemacht werden. Wir kommen zum letzten Thema und ich habe es extra zum Ende hinten angestellt, weil ich weiß aus Erfahrung, dass viele jetzt sofort einfach nicht mehr hinhören werden. Oh oh. Ja, aber ich finde das Thema. Verlasse ich auch gleich das Studio? Nee, 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 nee. Es ist ja durchaus ein Thema, wo du mitzureden, also wo du wirklich auch mitreden kannst und richtig Ahnung hast. Sonst würde ich das jetzt hier nicht anschneiden, dass wir beide darüber reden, weil uns das ja durchaus beschäftigt oder auch beschäftigt hat. Es gibt einige Berater da draußen und ich will über deren Qualität kein einziges Wort verlieren, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Aber es gibt ein paar da draußen, die bearbeiten das Feld Vermögensbildung, Vermögensvorsorge für pädagogische Fachkräfte. Ganz explizit. Wie sie das machen, ob sie das gut machen, ob sie das schlecht machen, keine Meinung will ich mich überhaupt nicht diesbezüglich positionieren. Aber weil wir, die Rente ist sicher, nicht mehr ernst nehmen können, weil wir wissen, dass in Zukunft schon rechnerisch weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner aufkommen müssen und dass die entsprechend dieses Geld zur Finanzierung unseres Umlagesystems, und jetzt sagen schon wieder ganz viele, oh Gott, das ist ja viel zu kompliziert, aber bitte bleib dran, bitte bleib dran, macht mir das tatsächlich Sorge, wie wenig insbesondere in dieser Branche daran gedacht wird, dass man im Alter vielleicht auch noch eine zusätzliche Rücklage haben sollte. Was sagen wir denen? Ich weiß noch nicht, worauf du jetzt hinaus möchtest. Jeder sollte selber vorsorgen. Das sagen wir denen. Das betrifft die Gesundheit, aber das betrifft eben auch das eigene Vermögen. Und jetzt will ich vielleicht noch ein bisschen abstrakter an das Thema ran. Nein, vielleicht konkreter. Wir haben ja das auch ein bisschen in den typischen Küchen- und Flurgesprächen in unserer Kanzlei. Und dann kriegen wir ganz häufig von unseren Beschäftigten zu hören, ja, nee, da habe ich keinen Bock, will ich mich nicht mit beschäftigen. Aber das ist mir zuwider und das brauche ich nicht. Ich gebe zu, aufgrund meiner Kinderstube ging es mir genauso. Ich musste mich extrem an dieses Thema ranrobben und ranarbeiten. Und das war für mich echt eine Überwindung. Aber es ist notwendig. Absolut. Und es gibt den Satz, wer keine Zeit hat, zum Arzt zu gehen, wird viel Zeit haben, krank zu sein. Ja. Ja, den Satz gibt es. Und da ist eine Menge dran. Man kann ihn aber auch, man kann ihn aber auch ein bisschen in Anbetracht unseres Rentensystems wirklich auf das Vermögen übertragen. Und ich mache das mal so aus dem Handgelenk. Wer keine Zeit hat, sich mit seiner Vermögensbildung zu beschäftigen oder mit seinen finanziellen was da so geht, wird wahrscheinlich viel Zeit haben, im Alter eine gewisse Altersarmut zu erleiden. Ich muss es so deutlich sagen. Und ich höre jetzt da draußen auch schon so einen hohen Gelächter, so ungefähr nach dem Motto, ich habe keine Vermögensbildung, Vermögensentwicklung. Ich will erst mal Vermögen haben, dann kann ich da noch was bilden und entwickeln. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, klein anzufangen. Es geht um 50 Euro im Monat. Irgendwas einmal. Jetzt kommt der Disclaimer. Jetzt kommt der Disclaimer. Achtung, das ist keine Finanzbank, keine Anlageberatung. Wir können keine Haftung übernehmen. Wir wissen nicht. Wir können total falsch liegen. Das BaFin ist da immer hinterher. Insofern aber bitte. Ich weiß, man möchte natürlich seine Freizeit genießen, aber einmal vielleicht lieber einen, keine Ahnung, Brettspielabend zu Hause machen, statt ins Restaurant zu gehen. Schon habe ich vielleicht meine 50 Euro und die kann ich halt in irgendeinen weitgestreuten ETF packen. Ich muss darüber gar nicht viel nachdenken. Einfach so monatlich passiert das automatisch. Ich muss da nicht aktiv irgendwas machen. und aus diesen 50 Euro werden mit Zinseszinseffekt, das wird halt was. Richtig. Und je früher ich anfange, desto besser. Und jetzt wollen wir auch wirklich agitieren an dieser Stelle. Achtung, alle ihr da draußen im Alter zwischen 18 und ich sage mal 35, ihr habt einen unschlagbaren Vorteil gegenüber jedem 60-jährigen reichen Zahnarzt oder meinetwegen reichen Anwalt. Ihr habt einen unfassbaren Vorteil und dieser Vorteil ist, ihr habt Zeit. Zeit ist auf eurer Seite. Zeit, um, jetzt kommt es, sich an einem regnerischen Sonntag, ihr sollt nicht den Sommer, aber lieber wäre uns so früh wie möglich, an einem regnerischen Sonntag euch drei Stunden hinzusetzen, euch zu überlegen, wen von den drei, vier Billigbrokern für ein Aktiendepot wähle ich aus. Mehr gibt es ja nicht, wo das ganz günstig ist. Alle kennen die Namen wahrscheinlich durch die Werbung. Einer von den dreien oder vier nimmt man und am besten einen von den zwei Größten, dann läuft das auch alles von selbst. Die gehen auch nicht irgendwie pleite, das sehen wir jedenfalls nicht aktuell. Klopf, 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 klopf. Aber zumindest gibt es da kein, und selbst wenn, ist das, was da an Vermögen liegt, ja auch gesichert. Das heißt, dann gibt es temporär Probleme, da ranzukommen, aber das löst sich nach ein paar Wochen wahrscheinlich dann auch auf, nicht Monaten. Aber ran und dann tatsächlich die Kleinstbeträge auch in einen Sparplan rein investieren und das einfach durchhalten. Egal, was in der Zeitung steht, egal, was die Börse macht, egal, ob irgendwo Krieg ist oder alle sich liebhaben. Wer in Amerika Präsident wird, ist total wurscht. Einfach machen und es dann über 10, 15, bestenfalls noch 20 Jahre, 25 Jahre machen. Und ich glaube, wir beide haben tatsächlich in der Rückschau tatsächlich zu bedauern, dass wir uns zu spät damit beschäftigt. Wir haben uns zu spät damit beschäftigt, weil erst war das Studium, dann das Referendariat, dann musste man sich irgendwie in die Selbstständigkeit reinfuchsen. Dann kamen die ersten Jahre der Ehe jeweils dazu. Dann waren bei mir die Kinder am Start. War durchaus auch nochmal anstrengend. Wir haben das Ganze, ich will jetzt nicht sagen, auch finanziell, aber faktisch die Zeit zwischen 18 und 35, ich habe sie tatsächlich nicht richtig genutzt. Klar, fleißig irgendwo was für die Rente abgedrückt, aber man sieht ja jedes Mal an den Rentenbescheiden, was dabei rumkommt und das ist alles, das ist gruselig, das ist gruselig und deshalb unser Rat an dieser Stelle, das sind dann halt auch nur 30 Euro. Wenn nicht mehr geht, auch da, aber irgendwie ein bisschen was machen, reinzahlen und dann auch das gute Gefühl zu haben, jo, ich nehme dran teil. Bis jetzt ist das immer noch oben gegangen. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Selbst wenn es Durststrecken von 10 Jahren gegeben haben sollte, am Ende ist es immer noch nach oben gegangen und zwar mehr, als mir jedes Tagesgeldkonto im Vergleich hätte bieten können und all das, was auf meinem Konto als Spargroschen liegt, wird durch die Inflation schlichtweg entwertet. Wir wollen es an dieser Stelle dabei belassen. Ich glaube, weil es mir wirklich wichtig ist, weil es mir wirklich wichtig ist, werde ich es ein paar Mal vielleicht nochmal ansprechen, so immer in unregelmäßigen Abständen, aber wenn wir eine Hausaufgabe mitgeben könnten an dieser Stelle, Sonntagnachmittag hinsetzen, sich einen von den Neo-Brokern, die besonders billig sind, aussuchen und sich für einen entscheiden und dann meinetwegen eine Woche später, nachdem man gut drüber nachgedacht hat, sich da ein kostenloses Depot holen und von da aus dann springen. Das wäre es doch, oder? Wenn wir das schaffen würden. Das wäre, glaube ich, unglaublich viel. Und dann könnte man der Politik einfach den Finger zeigen und sagen, schön, wie ihr unsere Rente gesichert habt. Ich freue mich über das, was da kommen möge. Ich rechne nur nicht damit, dass das allzu viel ist. Wenn ich dann einmal in dem Alter bin und alles Weitere, ich kümmere mich selber drum. Haltet durch. Bis dahin. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.